Keine Energiepreispauschale für pensionierte Landes- und Kommunalbeamte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Auch hier wieder eine Frage eines besorgten Menschen, der pensionierter Landesbeamter im Land Sachsen-Anhalt ist. Und der hat mir mitgeteilt, wie sieht denn das jetzt hier eigentlich aus? Mit den 300 Euro Energiepreispauschale bekomme ich die nicht als Landesbeamter auch? Also, wenn wir uns den Beschluss zum dritten Entlastungspaket der Bundesregierung anschauen, dann steht da ganz klar mit einem Satz geschrieben, Versorgungsberechtigte des Bundes erhalten auch die 300 Euro Energiepreispauschale. Und zwar im Zusammenhang, dieser Satz steht im Zusammenhang mit den Regelungen für die Energiepreispauschale für gesetzliche Rentner. Da steht aber nicht drin, dass Landes- und Kommunalbeamte Anspruch auf die Energiepreispauschale haben. Und hier sind letzten Endes alle 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland gefordert, eigenständige Entscheidungen zur Auszahlung der Energiepreispauschale zu treffen. Das heißt also, ich kann Ihnen mit Stand Ende September, Anfang Oktober 2022 überhaupt nicht sagen, ob das Land Sachsen-Anhalt die Energiepreispauschale für Landesbeamte und auch für Kommunalbeamte überhaupt zum 1.12. auszahlen wird oder was da überhaupt geplant ist. Dazu müsste es nach ordnungsgemäßen Gang auch wiederum ein Gesetzgebungsverfahren geben, der das Landesbesoldungsrecht hier entsprechend ändert. Und das ist aus meinem Kenntnisstand heraus bei den meisten Bundesländern, soweit wie ich informiert bin, noch gar nicht geschehen. Also eine ganz spannende Frage. Ich hoffe aus Gerechtigkeitsgründen, dass auch alle pensionierten Beamten diese 300 Euro Energiepreispauschale erhalten werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.